Yo Leute was geht ab und willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch zeigen wie man die neuen 4 Charakter freischalten kann und das ist ziemlich easy, weil beim letzten Mal war es ja genau gleich. Ihr müsst ganz einfach auf die Befehle gehen und dann geht ihr ganz nach unten und da steht Spezialbefehl. Ihr müsst da wieder rauf gehen und dann steht da schon wieder eine Aufgabe und bei mir hiess es, ich glaube das heisst überall so, sammeln sie 25 Fische ein. Aber das ist ja wirklich wieder easy wie die Prologescheisse, das war auch recht easy. Und wie ihr schon gesehen habt, seit dem neuen Update lassen ja die Zombies so Fische droppen, wenn man denen einen Headshot gibt. Und ja Leute, wenn ihr morgen wieder vorbeischaut, gibt es den nächsten Charakter und man hört es im neuen Video wieder. Bye bye.